Oh ja, jetzt muss ich doch rankommen, oder? Bin drauf. Bin auf dem Stego. Ja, alles gut. Jenny ist gleich down. Also zumindest ist die Foundation. Ich greffe den Jenny. Er steht da, der Typ. Achtung, vor dir direkt. Oh, er hat mich gegrappelt. Ja, ich sag ja. Oh Mann, ey, ich kann nicht sein. Ja, lass ihn. Danke. Die GP-Code dann so klein, dass der in 10 Sekunden wieder respawn kann. Genau, 10 Sekunden, ne. Ja, warum das so weniger? Nee, das hält sich aber. Schießt, glaub ich, nur noch einen Tech-Turret. Ja, kommen wir wieder. Ja, ist noch ein Tech-Turret. Die Rockets werden nicht mehr abgefangen. Jo. Komm rein. Mach den Jenny jetzt weiter kaputt. Das Tech-Turret ist leer. Der Typ ist da. Hab ihn gekillt, wieder. Schön, schön, schön.